Sauerstoff und Schwefel sind für die Industrie und unser Leben wichtige Elemente. Beide sind Mitglieder der sechsten Hauptgruppe der Elemente des Periodensystems. Die Elemente dieser Gruppe werden auch als Chalkogene bezeichnet. Zu ihnen gehören die Elemente Sauerstoff, Schwefel, Selen, Tellur, Polonium und das künstliche Livamorium. Alle Elemente der Chalkogene besitzen sechs Außenelektronen. Sie müssen also entweder zwei Elektronen aufnehmen oder sechs Elektronen abgeben, um die Edelgaskonfiguration zu erreichen. Daher können Stoffe der sechsten Hauptgruppe in verschiedenen Oxidationsstufen vorliegen. Schau dir die Gruppe im Periodensystem an. Mit steigender Anzahl der Elektronenschalen nimmt auch die Atommasse von oben nach unten zu. Ebenfalls steigt der Radius der Atome an. Dies führt dazu, dass sich Eigenschaften wie zum Beispiel die Elektronegativität von oben nach unten ändert. Sauerstoff besitzt zwei Elektronenschalen und ist bei normalen Temperaturen ein zweiatomiges Gas namens O2. Es hat folglich eine geringe Dichte und niedrige Siede- und Schmelzpunkte. Alle anderen Elemente dieser Hauptgruppe sind Feststoffe und besitzen demnach eine größere Dichte und höhere Schmelz- und Siedepunkte. Dann ist er noch der Metallcharakter. Dieser nimmt entgegengesetzt zur Elektronegativität zu. Du siehst also, dass alle Eigenschaften von oben nach unten zunehmen, außer der Elektronegativität. Das Element Sauerstoff spielt für das Leben auf der Erde eine sehr wichtige Rolle. Reiner Sauerstoff ist ein farb- und geruchsloses Gas und bildet das zweiatomige Molekül O2. Die wichtigste Verbindung von Sauerstoff ist Wasser. Es entsteht, wenn ein Sauerstoff mit zwei Wasserstoffatomen eine Bindung eingeht. Schwefel ist ein gelber Feststoff. In der Natur kommt das Element vor allem in Mineralien wie Zinkblende vor. Es wird unter anderem zur Herstellung von Streichhölzern und Feuerwerkskörpern verwendet. Das Element Selen ist ein silberweißes Halbmetall. Es wird zum Beispiel als lichtempfindlicher Halbleiter in Fotoapparaten oder Kameras verwendet. Das Element Tellur ähnelt Selen im Aussehen und den Eigenschaften und wird auch in Halbleitern verwendet. Im Alltag kommst du mit dem Element zum Beispiel als Bestandteil von CDs oder DVDs in Kontakt. Polonium ist ein radioaktives Metall. Es wird zum Beispiel in der Strahlentherapie bei der Bekämpfung von Krebs verwendet. Livamorium ist ein künstlich hergestelltes Element. Es ist radioaktiv und sehr instabil. Die Elemente der sechsten Hauptgruppe besitzen also sechs Außen- bzw. Valenzelektronen. Sie nehmen in Verbindungen zwei Elektronen auf, um eine Edelgaskonfiguration zu erreichen. In der sechsten Hauptgruppe nehmen Atommasse und Radius, Dichte, Siede und Schmelzpunkte und der Metallcharakter von oben nach unten zu. Die Elektronegativität, also die Fähigkeit der Atomkerne Elektronen an sich zu ziehen, nimmt von oben nach unten ab. Untertitelung des ZDF für funk, 2017